Die Gindele GmbH ist ansässig in Neuhausen im Enzkreis zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Unser Unternehmen ist spezialisiert auf Spritzgusstechnik. Hier können wir beginnen mit der Konstruktion, dem Formenbau, technische Fertigung der Spritzgussteile, sowie Baugruppenmontage, Automatisierung, alles aus einer Hand. Mein Name ist Matthias Gindele, ich bin Geschäftsführer der Gindele GmbH und bin hier zuständig für die Unternehmensleitung und für die Vertriebsführung. Wir sehen hier die Produktion von dem 3-2-Eat-Produkt. Das ist ein Campinggeschirr entwickelt von der Fachhochschule Reutlinger. Die Nachhaltigkeit ist bei diesem Produkt sehr groß geschrieben. Man hat hier einen Hochleistungskunststoff eingesetzt. Dadurch kann man wirklich ein Campinggeschirr darbieten, wo Ölmaschinenfest ist, wo vielseitig einsetzbar ist. Wir haben Ressourcenschonung, Energieeinsparung, wir haben einen Teil, das auf Dauer eingesetzt werden kann und hier sehen wir den großen Vorteil. Die Besonderheit der Produktion ist so, dass wir hier einen Flexrobot einbilden. Der Flexrobot ist eine Roboterzelle der Firma Robomotion und im Flexrobot integriert sehen Sie einen KR Agilius von der Firma KUKA. Der KUKA Roboter hat die Aufgabe, als Bindeglied zwischen der ganzen Zufuhrtechnik und Montagetechnik Entnahme vom Werkzeug zu agieren. Er übernimmt jeden Handgriff sozusagen. Das fängt wirklich an, von einem normalen Anguss abtrennen, über Bohrung freisetzen bis hin zur automatischen Verkugelung. Möchte ich den Flexrobot von einer zu anderer Maschine anschließen, brauchen wir je nach Anwendung zu 10 und 30 Minuten. Also wir setzen den jetzt schon seit zwei Jahren ein und ich muss wirklich sagen, also verschiedene Produkte aller Art laufen hier voll automatisiert ab. Schon ab Menge ab, ich sage es mal ab 50 bis 100.000 Stück. Die Bedienung eines Flexrobot kann von jedem Mitarbeiter erfolgen. Natürlich ist hier eine kurze Einweisung notwendig. Die Ersteinstellung kann aber über jede Fachkraft erfolgen, wo etwas Robotererfahrung hat, weil man hier über eine vereinfachte Bedienoberfläche das tätigen kann. Wir haben die Automatisierung mit einem Kuga-Roboter umgesetzt, weil der Kuga-Roboter für uns ein sehr zuverlässiger und robuster Partner ist. Und wir wissen, dass hier auch ein sehr guter und schneller Service zur Verfügung steht. Und wir haben hier Made in Germany. Das große Potenzial, das ich hier sehe bei der Zusammenarbeit zwischen Roboter und Spritzgussmaschine ist, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir können hier über Automatisierung von Kleinmengen andere Preise anbieten. Wir können Qualität überwachen, wir können in einer 24-Stunden-Schicht alle Montageschritte abbilden. Hier können wir einfach ein Produkt vom Granulat bis zum fertigen Produkt abbilden, voll automatisiert.